Mein Name ist Heinz Möller. Ich bin 1923 am 28. Mai in Bad geboren. Du konntest dich freiwillig melden und dann brauchst du kein Abitur zu machen, das Notabitur. Und da haben sich die meisten dann gemeldet, weil sie diese Möglichkeit nutzen wollten, um das Abitur herumzukommen. Bloß mein wurde abgelehnt, weil ich nicht KV war. Ich war nicht kriegsverwendungsfähig mit meinem Gehör. Und das hat mir praktisches Leben gerettet.